Was war das bitte für eine völlig verrückte Partie gegen den FC Hansa Rostock? Es war der absolute Wahnsinn. Ein Hoch, ein Tief, dann nochmal ein Tief, dann nochmal ein Hoch. Und am Ende waren sieben Tore und ein wunderbarer 4 zu 30 für den 1. FC Nürnberg, für unseren fränkischen Lieblingsverein. Und damit weiterhin der erste Platz in der Fußball-, äh, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind noch nicht in der Bundesliga, so ehrlich müssen wir sein. In dem Sinn, herzlich willkommen heute zum nächsten Part, zu der nächsten Folge und Episode. Wenn es geht gegen den 1. FC Köln mit Thorsten Lieberknecht, lieber Köln-Fans da draußen, schreibt mal gerne eure Meinung dazu rein, Thorsten Lieberknecht beim FC, ja oder nein? Ich bin sehr gespannt. Es gibt ein bisschen was zu tun, aber irgendwie auch nicht allzu viel. Ähm, die Länderspielpause zuletzt, die habt ihr mitgekriegt, die haben wir bravourös überstanden und werden also so langsam, aber sicher die Vorbereitungen treffen, um auch gegen Köln ganz gut mit am Start zu sein. Und ich habe mir natürlich weiterhin ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, der Fokus wird diese Woche auf der Defensive legen. Wen wundert's? Nachdem wir gegen Rostock drei Buden kassiert haben, werden wir also schauen, dass im Idealfall zu Hause gegen Köln die Null steht. Ob das am Ende so aufgeht, sei auch mal wiederum dahingestellt. Köln natürlich als Absteiger absolut, ähm, ja, durchaus als kleiner Favorit wieder, was die Aufstiegsplätze angeht, mit dabei. Ähm, wobei die große Frage natürlich sein wird und die Frage, die euch wahrscheinlich auch beschäftigt. Wie sieht denn der erste FC Köln aus, Mannschaftstechnisch? Was ist denn da passiert? Also, das sind die Abgänge. Für 30 Millionen wurde verkauft. Marco Höger, Justin Diehl, Limnios und Kaderbach, Christensen, Sangari, Bolra, Lubicic, Adam Jan, Habibula, Niyang, Jabot, Plattenhardt, Weschenbach, Nacombe und Kuba Potocznik. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, da hingegen ein bisschen eingekauft. Baumgartl, der teuerste Transfer. Ähm, Teller von Leverkusen geholt. Auch Wahnsinn, beziehungsweise geliehen. Ähm, okay, okay. Luca Butcher, Pascal Stenzel, Bradley, Bakola, Korza und Paschkanu. Da ist durchaus ein bisschen was passiert im Kölner Kader. Interessant, interessant, interessant. Teuerster Abgang, hier, Lubicic zu Leicester. Nur knapp 20 Melonen, die sie gekriegt haben. Das ist natürlich, das ist natürlich nicht so schlecht. Das kann man mal machen. In dem Sinn, gegen die geht's heute. Wenn's euch wieder gefällt, wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nix. Dann seid ihr auch in Zukunft bei diesem herrlichen fränkischen YouTube-Projekt mit am Start. Gerne Twitch und MMUGA in der Videobeschreibung abchecken, wenn ihr in den Livestreams dabei sein wollt oder gar selbst zocken wollt. Und an der Stelle natürlich wie immer vielen lieben Dank für jeglichen Sub-Ort. Das ist sehr nett. So, also, Köln die nächste Partie. Dadurch, dass wir dann nach Heidenheim haben, bin ich ein bisschen am überlegen, wie wir das folgentechnisch machen. Wir hatten ja jetzt zuletzt eine eher etwas... Durchschnittliche Spieler für die Bundesliga. Liebt große Spiele. Ich will den mal ganz kurz vergleichen mit Karl Klaus. 11-11, 10-10, 12-11. Den müsste man fast mitnehmen, ne? Zumindest, wenn ein Lino Kasten prinzipiell bereit wäre, was sagt denn der Berater, als Backup-Keeper am Start zu sein? Gehaltsforderungen zu hoch zwischen 207.000 und 283.000. Und ein Karl Klaus verdient aktuell... Ist eigentlich auch sowas? 2,99, 300? 1,99. Ja, okay. Könnte man fast überlegen, ob man da nochmal was macht. Vertrag von Malekalle, so wird er in Kreisen genannt, läuft im Sommer nächsten Jahres aus. Ich würde fast sagen, ich lade Lino Kastner nochmal zum Probetraining ein. Einfach. Dann schauen wir mal. Aber er muss sich halt mit der Rolle als Backup-Keeper erstmal zufrieden geben für dieses Jahr. Das ist klar. Bonasar. Geschätztes Gehalt auch sehr gering. Werde ich auch nochmal zum Probetraining einladen. Eventuell, falls wir nochmal für die rechtsverteidiger Position jemanden brauchen. Da spielt ja momentan ein gelernter Linksverteidiger. Und ein Kollege Framberger ist irgendwie nicht so richtig angekommen. Also eventuell tun wir da nochmal was. Aber zurück zum Thema, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin ganz begeistert, dass ich ausnahmsweise mir mal was merken kann, wenn ich zwischendurch was anderes mache. Ist das The New Me oder was? The New Me? Äh, nee. Wir haben ja Heidenheim in der nächsten Folge vor der Brust im DFB-Pokal. Allerdings ja direkt danach auch das Derby. Und dadurch, dass das Spiel am Dienstag ist, wird die Folge entweder sehr, sehr kurz oder man macht eine Extended-Folge. Derby und DFB-Pokal. Die Doppel-D-Folge. Derby, DFB-Pokal. Das klingt ein bisschen falsch, ne? Nicht, dass da Leute was anderes dahinter vermuten. Aber können wir durchaus mal drüber nachdenken. Mach ich mir mal meine Gedanken. Ihr wisst übrigens, ich bin natürlich immer noch in der Vorproduktion für Ostern. Keine Sorge, ich unterstütze nicht den Osterhasen. Sondern, äh, ich bin ja wie angesprochen dann ein paar Tage in der Hauptstadt, in Berlin. Unter anderem den Klub supporten. Während Okonuki für drei bis vier Wochen aushält. Super. Äh, dementsprechend, äh, bin ich momentan weiterhin in der Vorproduktion und kann leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Das wird auch noch die nächsten Folgen so ein bisschen, bisschen am Start sein. Deswegen, ich hoffe, ich kriege es ohne euch hin. Wir schauen mal. So, Valentini ist beeindruckt. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz, zumindest eben hier noch schnell, die Spieltaktik reinmachen und direkt auch hier das Training einstellen. Bin mal sehr gespannt. Das werden wir dann uns aber erst im nächsten Part anschauen, wie Heidenheim da aktuell so drauf ist. So, und dann machen wir hier wieder Ähnliches. Verfügbar, verfügbar, verfügbar. Mats Möller-Dehli. In sieben Tagen steigt er wieder ein. Also, der Mann, der wird das DFB-Pokal 16. Finale. Ist das das 16. Finale? Auf jeden Fall die zweite Runde. Die wird er auf jeden Fall nicht erleben. So, oh, Sadik Fofana läuft auch der Vertrag aus. Der Mann war ja auch einst beim Klub. Also, ähnlich oder genauso wie ein Puerta. Müssen wir mal schauen. Interessant, interessant. Ich werde definitiv da mal alle weiter scouten nochmal für eine Woche. Mathe Pulgrab. Also, vor allem Fofana. Ja, es ist wieder ein IV, ich weiß. Aber schaut ihn euch mal an. Der wäre schon richtig brutal. 21. Also, wäre krass. Ihr könnt es sich auf jeden Fall schon mal prinzipiell vorstellen. Aber, ähm, wir können das ja erst im Winter angehen. Müssen wir mal schauen. Nochmal ein Außenverteidiger. Ferdi Diouf. Von Rapid. Und da ist ja auch nochmal ein paar Junge. Vom Eimsbüttler TV. So, Pauli gewinnt. Paderborn gewinnt. Paderborn also wieder mit einem Punkt vor uns. Um die Tabellenführung zurückzuerobern, bräuchten wir also einen Sieg gegen den ersten FC Goal. Entschuldigung, dass ich das immer so aussprechen muss. Aber die Kölner sagen das ja auch so. Dann sage ich das auch Goal. So, wird aber natürlich eine Hausnummer. Wir haben uns ja schon den Kader angeguckt. Und die Transfers von Thorsten Lieberknecht. Aber, ja, wir werden, wir werden mal schauen, was wir erreichen können. Eichner vor Entlassung, Fragezeichen. Neun Spiele lang. Gewinnt der nix, der Kerl. Keine Nachricht haben wir gelesen. Eichner gewinnt. Und jetzt wird er entlassen. Ich glaube, ich spinn. Mal schauen, was der KSC macht. So, die Kölner auch mit einem 3-4-3. Ähnlich wie zuletzt Rostock. Mal prinzipiell. Und wir gucken. Hangbo raus. Limnios von Beginn an. Kanja vorne von Beginn an. Usun darf spielen. Aber Usun muss ich auch nochmal kritisieren. Also, 6,54. Das ist wirklich gar nichts. Ansonsten. Braun ist die Frage. Ich glaube, ich bringe tatsächlich auch nochmal einen Handwerker rein. Wir rotieren ein bisschen. Alles natürlich leistungsbezogen. Und würden das erstmal so starten. Auch gegen Köln. Lasse ich es hier auf kontrolliert und Co. Kastrup, Di Benedetto. Ne, 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 ne. Das machen wir so. Das werden wir so machen. Das Einzige ist nur nächste Partie. Wir gehen hier auf die variablen Flanken. Wenn ein Julian Kanja mit dabei ist. Ansonsten lassen wir das so, Freunde. Es geht gegen den Bundesliga-Absteiger aus Köln. Schauen wir mal, was das wird. Kapitän ist Florian Gainz auf der Bank. Davy Selke. Er ist noch am Start. Beruhigt euch. Arne Arning. Auch ein sehr toller Name. Also, der steht im Alphabet auch recht weit vorne. Arne Arning. So, und wir wollen gucken, dass wir die Serie ausbauen. Das ist richtig. Heute gegen Köln. Auch wenn das gleichbedeutend damit wäre, dass wir nicht mehr Tabellenführer wären. Aber ein Unentschiedener würde ich auch mitnehmen. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz, wir gehen natürlich auf Sieg. Wir wollen hier auch gegen Köln die nächsten drei Punkte holen. Denn wenn du aufsteigen willst, dann musst du gewinnen. Daheim. Egal, wer da kommt in der Liga. Ist nun mal so. Ich hoffe nur, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird als zuletzt gegen Rostock. Das war ein bisschen zu viel für mein armes, schwaches Herz. So, Usun sieht nach einer Minute direkt mal gelb. Soll da ein bisschen ruhiger in die Zweikämpfe gehen. Und ich ermutige Köln mit sehr viel Ballbesitz aus den ersten zehn Minuten. Köln könnte mit einem Sieg punktgleich mit uns sein. Dann hätten die auch 20. Also das ist deren Ziel, da ganz nah ran zu kommen. Aber wir haben erstmal den Ball mit Chris Martinia. Finn Jeltsch. Der Mann, der weiterhin gelb vorbelastet ist. Sollte der übrigens jetzt gelb kriegen, fehlt der im Derby. Der gute Finn. Also reiß dich zusammen. Puerta. Schöner Ball. Kommt nicht ganz an. Baumgartel dazwischen. Dominik Heinz. Auf Florian Kainz. Barcola. Die Leihgabe. Paccarada über die linke Seite. Heinz. Das ist wunderschön gespielt. Und Bradley Barcola mit dem 1 zu 0. Puh. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Wir werden es mal ein bisschen umstellen. Ich habe es mir gerade vor dem Tau schon gedacht. Und zwar werde ich das so machen. Wir versuchen ein bisschen geradliniger nach vorne zu spielen. Und eher ein bisschen zu in Anführungszeichen kontern. Wahrscheinlich eher komische Umstellung, nachdem du eins noch hinliegst. Aber Köln trumpft hier ordentlich auf in den Anfangsminuten. Schmitz. Flanke. Kommt rein. Keins drüber. Wenn der da das 2 zu 0 macht, dann ist es kurz davor, dass unsere Serie reißt. Was eine Möglichkeit für den FC. Beistoß. Ekel. Der Mann, der zuletzt sein erstes Tor für den Klub gemacht hat. Martenia auf Jeltsch. Unten ist Handwerker. Sehr gut. Handwerker. Thailan Duman. Ein bisschen Platz hat da. Sucht den Mitspieler. Findet Limnios. Gegen sein Ex-Team. Florian Flick. Thailan Duman. Katerbach und Limnios natürlich besonders motiviert. Florian Flick. Puerta. Auf Canja. Handwerker läuft mit. Handwerker kriegt den. Handwerker spielt den. Quer. Kossa erst mal da. Chance lebt. Wieder Flick. Handwerker. Macht er gut. Man kriegt ihn leider erst mal nicht in die Mitte. Aber im zweiten Anlauf. Usun. Flick. Da geht dann doch ein bisschen am Tor vorbei. Gibt es heute die erste Niederlage? Im Max-Morlock-Stadion gegen den 1. FC Köln. Jetzt habt ihr hier unten auch mal die Tabelle. Also so sähe das dann aus. Sollte Düsseldorf gewinnen, wären die bei 21 Punkten. Damit wären wir auf Rang 3. So wäre es momentan. Wobei Schalke stimmt. Jetzt mit dem Ausgleich. Jetzt sind wir auf Platz 4. Jetzt sind wir auf Platz 4. So ist es. Weil Kike Top gerade den Ausgleich erzielt hat. Ich ermutige nochmal. Und wir reißen gerade das Spiel ein bisschen mehr an uns wieder tatsächlich. Und jetzt seht ihr auch hier. Match-Momentum. Auf unserer Seite. Zeigt mir in der zweiten Halbzeit, dass ihr es besser drauf habt. Usun wieder nicht gut. Da kriegt jetzt Rahman die Chance. Aus. Ansonsten. Bringe ich den Kastrop mal auf rechts hinten, Freunde. Cutter aber raus. Keine gute Leistung. Und Kastrop als aggressiver Mann. Den bringen wir zum einen aufgrund natürlich seiner sportlichen Qualitäten gar keine Frage. Aber zum anderen auch einfach nochmal aufgrund der mentalen Stärke, die er mitbringt. Der soll jetzt da nochmal pushen. Gemeinsam mit einem erfahrenen Benito Rahman. Freistoß allerdings erstmal für Lea Pakarada. Jekyll passt auf. Standards rausholen können wir auch mal mitgeben. Die haben wir ja gar nicht zuletzt so schlecht gemacht gegen Rostock. Stenzel. Olesen. Kurzer. Oh, der ist gut. Und Florian Kainz mit einem absoluten Banger. Der Mann, der nimmt den einfach direkt. Stenzel. Olesen. Kurzer. Und der. Ja, mit so einer Flanke da rein. Und dann. Junge. Ja. Wir Maß regeln und ich stelle auf Offensiv um. Das ist mal eine Hausnummer. Und jetzt wird es natürlich brutal, da irgendwie zurückzukommen. Jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Haben uns aber halbwegs erholt und dann kommt wieder eine Kölner Ecke hinten rein. Kainz, der Mann, der kann Standards. Flanke in die Mitte. Koza gut geblockt erstmal. Ist nochmal da. Pacarada. Baumgartel. Olesen. Auf Tiemann. Zieht über die rechte Seite. Abgelegt. Wieder Olesen. Flick passt auf. Kann aber nicht so wirklich gut klären. Und Pacarada. Ball ist geblockt. Wir gehen rein. Wir wechseln. Wir gehen rein und wechseln. Thailand Duman raus. Die Benedetto rein. Limnios raus. Hangbo rein. Das ist heute nix. Das ist heute einfach nix. Das muss man doch einfach mal so sagen dürfen. Das ist heute nix. Auf der anderen Seite irgendwie eine Bude. Irgendwie mit einem Teuer nochmal so halbwegs rankommen. Dann könnte noch was gehen. Aber ihr seht es ja anhand der XG. Oder anhand der Schüsse alleine. In der Offensive bei uns. Da ist heute nix möglich. Wir gehen mal rein. Puh. Ich schiebe hier nochmal mehr drauf. Auf geht's. Versuchen wir es nochmal so. Handwerker sieht gelb. In dem Yage gebe ich jetzt auch nochmal mit. Vorsichtig in die Zweikämpfe gehen. Wie gesagt nicht, dass der im Derby dann ausfällt. Und es gibt den Einwurf. Für Köln. Pacarada. Es wäre heute die schlechteste Saisonleistung. Das kann passieren. Es ist natürlich bitter. Aber es war irgendwo ja auch klar, dass diese erste Niederlage zumindest mal irgendwann kommen wird. Und wir nicht 34 Spieltage ungeschlagen bleiben werden. Aber noch ist es nicht vorbei. Kastrop über die Außen. Auf Joe Hangbo. Samuele Di Benedetto. Findet Benito Raman. Ball auf. Handwerker. Der hat ein bisschen Platz. Kann er den in die Mitte legen? Nochmal. Tim Handwerker. Im Dribbling abgelegt. Flo Flick. Schwabe hat ihn. Aber das war der erste Schuss aufs Tor. Und wir sind in Minute 75. Aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal. Frage sei. Nö. Kotzer ist dazwischen. Teller. Leiger aber aus Leverkusen. Handwerker hat es schon. Gelb muss aufpassen. Teller an allen vorbei. Teller quer. Lea Olesen am Tor vorbei. So. Einen Wechsel haben wir noch. Handwerker könnte ich nochmal rausnehmen. Bringen wir nochmal einen Nathaniel Brown. Fragezeichen. Ne. Wir bringen Pepi für Canja vorne rein. Gehen nochmal auf flache Flanken. Vielleicht ist das der Moment, in dem Riccardo Pepi beim 1. FC Nürnberg ankommt. Martinia mit dem Abschluss. Finjelj. Trinkt zumindest direkt die Chance vom Anstoß weg. Handwerker. Puerta. Puerta. Immer noch Gustavo. Puerta. Die Benedetto. Da ist Pepi. Das macht er eigentlich ganz gut. Wobei er den fast noch hätte mitnehmen können. Und nicht direkt abschließen hätte müssen. Aber wir haben jetzt nochmal so eine ganz interessante Phase. Die Benedetto mit Handwerker. Ja, die Ecke war nix. Zwölf Minuten zu gehen. Schwebe mit dem langen Ball. Paccarada verlängert. Jekyll ist da. Wir brauchen irgendwie einen Treffer, um hier wieder den Fuß in die Tür zu kriegen. Flick auf. Puerta. Ball kommt nicht durch. Olesen. Und Köln kriegt natürlich die Räume. Florian Kainz. Teller. Martina ist da. Martina ist da. Da. So, ich stelle jetzt nochmal. Wie machen wir das am besten? Ne, wir machen das anders. Und zwar. Ne, das ist in Ordnung. Defensiver Mittelfeldspieler. Ne, es geht nicht. Zentraler Mittelfeldspieler dann unterstützen. Und Puerta zentral angreifen. Die Benedetto. Und machen wir wahrscheinlich fast eher einen Ramann dahin. Kann das die Benedetto über links? Ne, das kann er nicht so wirklich. Ah, shit. Puerta auch nicht flicken. Sowieso nicht. Ne, dann lassen wir es so. Wir gehen nochmal auf sehr offensiv. Und machen den auf angreifen. Kastop angreifen. Kompletter Flügelverteidiger angreifen. Von mir macht Jeltsch auch nochmal so eine Art Vorstopper. Probieren wir einfach mal, Freunde. Einfach mal wild nochmal ein paar Sachen nach vorne geschmissen. Es hilft ja nichts. Pacara dabei kommt rein. Wenn jetzt das dritte Feld ist, ist eh vorbei. Jekyll erstmal da. Nochmal Kainz. Und Martina hat den. Es ist leider Gottes absolut verdient. Mehr fordern. Minute 88. Schalke übrigens mit dem 2-2. Darmstadt scheint Duisburg zu besiegen. Wir haben nochmal vier Minuten Nachspielzeit. Und dann werden wir wohl als Vierter oder eventuell sogar als Fünfter, Pipi klärt, aus diesem Spiel hinausgehen. Aus diesem Spieltag hinausgehen. Düsseldorf spielt ja noch. Also mal gucken, wie das endet. Aber gut. Die Serie ist durch. Der Bann ist gebrochen auf negative Art. Köln besiegt uns im Max-Morlock-Stadion mit 2-0. Und das, wie gesagt, man muss es ansprechen am Ende. Auch absolut verdient. Das war zu wenig von uns. Ich glaube, das kann ich mitgeben. Das wird die Mannschaft auch so sehen. Die Generalprobe für das anstehende DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim. Sie ist missglückt. Und das Derby ist auch noch. Also man kann sich jetzt relativ viel, relativ schnell verspielen. Also natürlich nicht endgültig. Und auch gegen Heidenheim ist man natürlich nicht ein Favorit. Aber so die moralische Kurve kann jetzt wieder ein bisschen nach unten zeigen. Und wir haben also, stand jetzt, das Duell des Vierten gegen den Fünften in der nächsten Bundesliga-Partie. Und was genau macht eigentlich da Montero? Neun Saisontore schon. Wahnsinn. Verrückt. So, ich gehe nochmal ein, zwei Tage voran. Will den Spieltag für euch einmal abschließen. Und dann haben wir in der nächsten Folge also einen Doppelpart. Mit der Partie gegen Heidenheim und mit dem Derby. Der wird dann dementsprechend ein bisschen länger. Aber das habt ihr euch doch auch mal verdient. Das kann man doch da dann auch einfach mal machen, Mensch, oder? Das kann man doch einfach mal machen. So, 27. Oktober. Es geht gegen Frank Schmidt, wie die Form der Heidenheimer ist und Co. Das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Schauen wir erstmal, ob Eichner mit dem KSC Back-to-Back gewinnen kann. Oder ob Christian Eichner entlassen wird. Erholt und unentschieden. Düsseldorf besiegt die alte Dame. Damit auf Platz 1 der KSC 2-2. Und Elversberg gegen Braunschweig 2-2. Das ist die Tabelle. Es ist so unglaublich eng. Zwischen dem 1. und dem 9. sind es vier Punkte. Wahnsinn in Liga 2. 21, 21, 21, 20, 20, 20, 18, 18, 17, 17, 16. Es ist doch verrückt. Aber gut. Ich würde sagen, das war es soweit von mir für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Links in der Videobeschreibung abchecken für den FM oder Twitch. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bei mir, da scheint die Sonne. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal ein bisschen an der frischen Luft. Und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.